Oh, schönen guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich grüße Sie. Ich würde wahnsinnig gern bei Ihnen einen Kurzurlaub buchen. Ja, das wollen viele. Wie kurz soll er denn sein? Ich dachte so an maximal 10 Sekunden. Oh, 10 Sekunden, das ist aber sehr kurz. Ich meine, da tritt ja der Erholungseffekt gar nicht an. Wie wäre es denn mit 14 Sekunden? Zypern für 890 Euro all inclusive. 14 Sekunden sind mir ehrlich gesagt momentan ein bisschen zu teuer. Ich habe es gerade nicht so auf der hohen Kante. Haben Sie nicht zufällig so ein Super-Mega-Spa-Sonder-Angebot? Super-Mega-Spa-Sonder-Angebot. Moment. Volltreffer. 10 Sekunden Mallorca für 350 Euro Vollpension. Was sagen Sie jetzt? Das klingt doch super. Nehm ich. Sehr gern. Mach 350 Euro. Ich habe zufälligerweise genau 350 Euro mit dabei. Prima. Hier ist Ihr Hotel. Oh, was für ein großartiger Ausblick. Mit Frühstück. Ich bedanke mich. Mittagessen. Mahlzeit. Und Abendessen. Länge. Ja, da sind die 10 Sekunden auch wieder rum. Wie war Ihr Urlaub? Also ich muss sagen, wirklich ganz ausgezeichnet. War auch alles im Grunde sehr sauber, aber wie immer viel zu kurz. Ciao. Ciao.